Der Wochenrückblick vom 10. bis 16. Dezember 2018. Die Obertraubling News wünscht Ihnen einen schönen und gemütlichen dritten Advent. Wir waren für Sie am Samstag und am Sonntag auf dem Obertraublinger Christkindlmarkt mit der Kamera unterwegs. Auch der Nikolaus besuchte den Weihnachtsmarkt und eine Ausstellung der Frauenunion 60 Jahre Lego konnte im Rathaus besichtigt werden. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ja, liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger, liebe Jugend, liebe Kinder, ich darf Sie alle ganz herzlich zu unserem diesjährigen Christkindlmarkt hier am Rathausplatz begrüßen. Und es freut mich, dass wie immer, muss man jetzt schon sagen, um 17 Uhr, wenn es losgeht, so viele sich hier eingefunden haben. Vielen Dank, dass Sie alle gekommen sind. Ein besonderer Gruß und ein großer Dank geht an unseren hochwürdigen Herrn Pfarrer Brunner. Herr Pfarrer, vielen Dank, dass Sie den Gottesdienst wieder so gelegt haben und auch so vollzogen haben, dass wir pünktlich haben starten können. Vielen Dank und herzlich willkommen bei uns und Sie haben die ehrwürdigen Schwestern mitgebracht. Herzlich willkommen auch, Schwester Oberin Rhein-Lindis und unsere Ehrenbürgerin Schwester Caritas. Ja, ein besonderer Gruß gilt auch unseren Ehrenbürgern, die sich auch nicht nehmen lassen, hier vorbeizuschauen. Unser Ehrenbürger Georg Gattinger, Bius Täterbeck, Franz Rieger und Konrad Hetznecker. Vielen Dank, dass ihr uns die Ehre gebt und auch zu uns gekommen seid. Ja, ein herzliches Grüß Gott geht auch an unseren Altbürgermeister Alfons Lang, der ja diesen Christkindlmarkt ins Leben gerufen hat. Und an meine Bürgermeisterkollegen und Kolleginnen und Kollegen des Gemeinderats. Schön, dass ihr euch auch in einer großen Anzahl hier eingefunden habt. Und herzlich willkommen. Zum Schluss noch ein herzlicher Gruß, das möchte ich hier erwähnen, weil unser GAU-Schützenmeister alle Jahre hier ist, der Manfred Wimber, seine Gattin dabei, lieber Manfred, und den Sektionsschützenmeistern Bert Schwenk. Herzlichen Dank, dass ihr uns hier auch besucht heute. Dazu darf ich auch die Damen und Herren der Presse und unser Obertraublinger Fernsehen begrüßen, das wie immer dann ja die nächsten Tage das Ganze für Sie im Internet aufbereitet hat. Ein Danke dann alle, die heute bei der Eröffnungsfeier mitwirken. Sie haben die Jagdbläser der Parforce-Horngruppe Regensburg bereits gehört. Das ist eine schöne Tradition, dass Sie bei uns spielen. Und ich glaube, das ist immer ein schöner Start in diese Eröffnungszeremonie. Im Anschluss an mich wird her noch unser Chor Passarida unter der Leitung von der Frau Appel weihnachtliches uns singen. Und natürlich kommt der Nikolaus mit seinem Christkind. Auch hier ein herzlicher Dank an alle, die hier mitwirken. Danke auch an... Ja, da können wir ruhig kurz applaudieren, weil die sich auch Zeit nehmen, um uns ein bisschen einzustimmen. Danke an unsere örtlichen Vereine und Stammbetreiber, dass sie sich wieder die Arbeit gemacht haben, hier die Stände zu dekorieren und zu schmücken. Und dann Ihnen etwas zum Besten zu bieten. Dank. Und auch hier mit Hinweis gleich auf unser Programm geht an unsere Gemeinde und Pfarrbücherei, wo Sie im Erdgeschoss, im Rathaus wieder den Bücherflohmarkt besuchen können. Schauen Sie es ja noch an, da gibt es was zum Lesen. Über die Weihnachtsfeiertage, wenn es vielleicht zu start wird, haben Sie da Gelegenheit, sich mit Büchern einzudecken. Ein Dank geht auch an die Frauenunion. Es ist auch eine schöne Tradition, dass im ersten OG bei uns im Sitzungssaal immer eine Ausstellung stattfindet. Heuer steht das Ganze unter dem Motto, ja, Lego-Bausteine, das kennen Sie sicher. Da kommen vielleicht Kindheitserinnerungen wieder zum Vorschein. Hinweisen möchte ich auch auf morgen Nachmittag um 15 Uhr kommt der Kindergarten Regenbogen und im Anschluss die Kinder der Hermann-Zierer-Grundschule. Und dabei ein Highlight sicherlich dann um 17 Uhr, ja, vom Trachtenverein Holzhacker des Adventssingen in der Kirche. Spätestens dann, glaube ich, kann man in der Kirche mal die Augen schließen und sich dann richtig auf Weihnachten freuen. Ja, liebe Gäste, wenn das Rathaus hier in so einem schönen Licht erstrahlt, dann ist der dritte Advent und dann ist Christkindlmarkt bei uns hier in Obertraubling. Mittlerweile zum 22. Mal und der Besuch alle Jahre beweist, dass Sie das gerne annehmen und dass Sie sich gerne hier ein bisschen weihnachtlich einstimmen lassen. Es ist sozusagen, ja, der Endspurt in der Adventszeit. Es wird heute eingeleitet und ich hoffe, dass Sie, ja, trotz der Hektik, die natürlich auch ein bisschen vor Weihnachten aufkommen kann, dass Sie sich der Hektik heute ein bisschen entziehen können, dass Sie vielleicht mit Freunden und Bekannten hier ein paar schöne Stunden machen können oder den ein oder anderen treffen und ein bisschen, ja, ratschen können. Genießen Sie die schönen Stunden hier bei uns am Christkindlmarkt und vielleicht, das ist ja auch immer so in der Weihnachtszeit, vielleicht denkt man auch an die Menschen, denen es nicht ganz so gut geht wie uns und ich glaube, auch das ist so ein bisschen die Botschaft immer von Weihnachten, dass das Ganze einfach auch immer miteinander, ja, stattfinden sollte. Weihnachten ist ja hier eine, ja, eine gute Gelegenheit, dass man auch Gutes tut und das kann schon beim Nachbarn losgehen, wenn man dem ein wenig hilft. Ich glaube, man kriegt da auch, wenn man den Dank zurückkriegt, ist das auch immer ein schönes Gefühl, jemandem helfen zu können und wie gesagt, die Weihnachtszeit, glaube ich, gibt da immer eine besondere Gelegenheit. Man möchte sich fast wünschen, dass das ganze Jahr über, ja, der Weihnachtsgedanke so ein bisschen im Herzen aufbewahrt werden könnte. Ja, ich wünsche Ihnen jetzt hier bei uns am Christkindlmarkt schöne Stunden, wie gesagt, hoffe, dass Sie den ein oder anderen Bekannten treffen, dass Sie vielleicht, ja, sich gut unterhalten und darf in diesem Sinne unseren Christkindlmarkt offiziell eröffnen. Vielen Dank für Ihr Kommen und ich wünsche Ihnen dann frohe Weihnachten und einen guten Start ins neue Jahr. Applaus Alle Jahre wieder Und da kommt, dass es uns gibt, auf die Erde fehlen, wo die Menschen sind. Auf die Erde, die Erde beruhen, wo sie der Mensch sind. Mit auf alle Blüten, mit uns dein Wundern. Siehst auch mir zu sein, wer steht um Blut der Hand. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ei! 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 Ihr Menschen groß, ihr Menschen klein, ihr alle wollt versammelt sein. Nun schaut euch um auf diesen Markt, den ihr zusammen geschaffen habt. Kinder lachen, tanzen, singen und besinnliche Lieder erklingen. Jedes Jahr kommt ihr hierher, das freut mich immer wieder sehr. Glühwein, Wunsch und leckeres Essen sollte man nun auch nicht vergessen. Essen und Trinken in Trauter rund, doch denkt auch an den wahren Grund. Unser Herr kam auf die Welt und nicht, weil einer ihn bestellt, sondern er wollt die Menschen begeistern und so die Hürden des Alltags meistern. Ein feines, leises Klingen, als ob die Englein singen, liegt über Wald und Feld von Liebe auf der Welt. Ein Leuchten aus der Ferne mit großem Glanz der Sterne streut das Himmelslicht auf jedes Angesicht. Es will wohl Weihnacht werden mit warmem Kerzenschein und überall auf Erden soll endlich Friede sein. Frohe Weihnachten und ein glückliches neues Jahr, das klingt wirklich wunderbar. Ja, Weihnachten ist nicht mehr weit und jedes Jahr zu dieser Zeit Sankt Nikolaus nun zieht er aus, besucht die lieben Leute da draus. Genervt gehen viele durch die Zeit, den anderen moppen, das ist ihr Freit. Ein jeder schaut auf seine Interessen und hat die Weisheit mit dem Löffel gfressen. Einstecken und Kritik vertragen, das können nicht mehr viele, das kann ich euch sagen. Am Ende zählt oft nur das Geld, jeder nimmt, was ihm gefällt. Wer das meiste hat, der ist ein Held. Sind wir uns christlicher Werte bewusst oder schieben wir halt einfach Frust? Respekt, Toleranz und Solidarität, ohne die eine Gesellschaft niemals geht. Lasst uns unser Profil neu schärfen und nicht mit Dreck auf andere werfen. Ich komme gern hierher zu euch. Ihr so vieles geschafft in diesem Jahr, der Nikolaus findet's wunderbar. Dem einen, den ich gerne lobe, zu dem gucke ich naturgemäß nach Obe. Ein Mann mit Anstand und großem Herz, der weiß, wo die Menschen haben Schmerz. Rudi Grass, so heißt er, euer erster Bürgermeister. Besonders seine sozialen Manieren tun mir immer imponieren. Er grüßt und schaut dir ins Gesicht, da gibt es einige, die tun das nicht. Rudi hat Herz und ist nicht blöd, für den Erfolg er nicht über Leichen geht. Selbst Leuten, die ihm in den Rücken fallen, wird er nie die Tür zuknallen. Menschlichkeit als Schwäche auslegen? Für mich ist sie vielmehr ein Segen. Dann die nächsten Bürgermeister sind auch fleißige Kommunaldienstleister. Auch den Gemeinderäten ist zu danken, die sich um den Rathaustisch ranken. Sie nehmen sich Zeit und denken mit, damit Obert Raubling mit der Welt hält Schritt. Ja, ihr braucht euch nicht verstecken. Euer Amt ist gewiss kein Zuckerschlecken. Darum lasst euch loben jetzt, dass ihr euch auch für die Allgemeinheit abhetzt. Doch eines sage ich schon jedes Jahr. Bei der Sportler-Ehrung ja für wahr, da machten sie sich wieder rar. Unsere Sportler auch zu ehren, sollte sich für sie schon zieren. Schließlich kommt ja bald die Zeit, wo man sich über Wählerstimmen freut. Und auch bei der Eröffnung historischer Stählen dachten sich viele, da kann ich fehlen. Zuerst am Tisch mit Beschlüssen glänzen und bei der Hauptsache dann mal schwänzen. Mir ist schon klar, es ist nicht leicht und so oft halt die Zeit nicht reicht. Aber das wird besser im nächsten Jahr, denn wieder wird von Wahl gesprochen, kommen sie dann angekrochen. Ihr habt so viele gute Leute, ein paar erwähnen möchte ich heute. Sigrid Platzeck und Erwin Wachmeier, die opferten ehrenamtlich so viel Zeit, dass mich ihre Ehrung freut. Nein, es ist keine Anekdote, in Obertraubling gilt die Frauenquote. Für Schwester Caritas ist das keine Bürde, sie erhielt mit Freuden die Ehrenbürgerwürde. Mitschwester Rhein-Lindis, immer da, wenn jemand krank, hat nun die Verdienstmedaille im Schrank. Für Verdienste um die Niedertraublinger Feuerwehr gab man Sepp Kandelbinder die Floriansmedaille her. Der Pius Detterbeck wurde 80 Jahre, man glaubt es kaum, aber es ist wahr. Wahr ist auch und das gewiss, dass seine Kamera ein wenig jünger ist. Johannes Seiler, ja so heißt er, Bayerns bester Landwirtschaftsmeister. Aus Gebelkofen, die Feuerwehrleute, sind in der Oberpfalz die beste Meut. Ja, auch heuer hat es wieder geklappt, gemeinsam holten sie den Oberpfalzkapp. Wer von hier will in die Ferne fliegen, der braucht nun nicht mehr weit abbiegen. Am Bahnhof in Zug, dann direkt zum Flug. Ja, ist unglaublich, sagt's ja mal, wird Obertraublingsanbindung international? Die Oberhingkofener lieben Kunst, vor allem auf dem grünen Rasen. Deshalb die Fußballer dort sich freuen über den Kunstrasen, den Neuen. Jetzt wurde er endlich eingeweiht mit einem Fest und ganz viel Freude. Doch eines frage ich mich hier. 2013 stimmt der Gemeinderat zu, 2018 schnürt der FCO darauf die Schuhe. Fünf Jahre hat das Projekt gedauert. Ich wusste bis jetzt nicht, lasst mich mal flachsen, dass Kunstfasern so lange brauchen zum Wachsen. Das Leo-Grass-Sportzentrum ist nun ein Hort für vernetzten und modernen Sport. Da gibt es nun für alle frei das Bayern-WLAN. Ei, ei, ei. Das ist was für die ganz, ganz Schnellen, die jedes Ergebnis gleich ins Internet stellen. Ja, Piesenkofens feine Luft ist wieder frei von Knoblauchduft. Statt Kalamari, Gyros und Fisch steht Schnitzel und Gulasch auf dem Tisch. Auch die Schützen tun sich freuen über ihren Wirt, den Neuen. Für die Jugend gibt's wieder Currywurst, die Alten haben eh bloß Durst. Eurem Pfarrer scheint nichts aus der Ruhe zu bringen. Er möchte halt einfach nur Gottes Botschaft singen. Ein Pfarrer hat immer Arbeitszeit, egal ob's traurig oder gefreit. Eurem Pfarrer sicher gern Dienst tut. Er verkündet die Botschaft mit ganz viel Mut. Auch die Oberhingkofener haben einen neuen, frommen, frommen Gott getreuen. Pfarrer Wiesbeck ist nun da. Wir wünschen ihm, ja für wahr, immer nur das Beste, vor allem viele Messegäste. Doch nicht nur Sport, auch viel Kultur. Die Gemeinde bringt gar viel hervor. Theaterbrettl, Bibliothek und Lesekreis. Alles betrieben mit größtem Fleiß. Gospel, Kinder- und Kirchenchor, dazu Sängerbund und Passerida singen ganz oft Glöckchen klar. Die Vielfalt ist ein großes Gut, macht weiter so, das tut uns gut. Denn Kunst und Musik, das sag ich euch, bilden jedes Menschen Persönlichkeit. Kultur tut jeder Gemeinde gut. Ihr Obertraublinger, macht mir Mut. Man wartet noch in manchem Haus auf mich, den heiligen Nikolaus. Wenn ihr euer Herz bereitet, dann habt ihr einen guten Lauf. Das Fest der Feste kann dann kommen. Wir freuen uns alle schon darauf. Rundum eine schöne Weihnachtszeit. Viel Glück und viel Zufriedenheit. So recht nach unsere alten Bräuch. Das ist der Wunsch von mir für euch. Mama, Mama, Mama. Wir 여기는 drei Weihnachts, wir 나는 die Weihnachtszeit. Wir отправember otra , also auf der Betimungs Catholic und Women질. Das ist die Ros經re. Und immer wieder willkommen mit Ihren Kindern. Wir waren zwei Weihnachts! Wir lieben Onge undJean. Was wir classroom ensurest du im Hintergrund rollstjernen? Das ist die jobbar, Leute. Amen. Amen. Ja, wir sind ein Verein für transportierte Kinder und wir verkaufen nichts bei uns, geht alles auf Spendenbasis und geht eins zu eins in die Betreuung von den Familien, die ein transportiertes Kind zu Hause haben und vor allem auch die Geschwisterkinder, die oft sehr zu kurz kommen, wenn das Geschwisterkind das transportiert, der einfach jahrelang im Krankenhaus ist. Genau, das ist unsere Herzensangelegenheit, weil wir auch selber betroffen sind mit meinem Sohn und dafür stehen wir da. Das ist eine große Herausforderung. 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 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Do you know the Muffin Man, the Muffin Man, the Muffin Man? Do you know the Muffin Man who lives on Jewry Lane? Yes, we know the Muffin Man, the Muffin Man, the Muffin Man. Yes, we know the Muffin Man who lives on Jewry Lane. Musik 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 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018